Was ist die Schuhe eines Bürgermeisters? Klar, Politiker verstehen es, aber man muss sich vorstellen, die Politiker blasen irgendwie jeden Tag, fucht das Kleid, irgendetwas ins Ohr. Und alles irgendwie macht Sinn, also muss man aus diesem Wustern Information, Reizüberflutung herausstechen. Da empfehle ich sicherlich einfach Praxisbeispiele, Gelungene gut aufzubereiten, zu sagen, hey, die, keine Ahnung, in Milz oder die in Horn oder die in Graz, die haben das gemacht. Hier ist das Zitat des Bürgermeisters, der ist glücklich. Das ist keine Raketenwissenschaft, auch du kannst das haben in deiner Gemeinde und es gibt nur Gewinner. Wir sind ein Partner. So kann man das machen, glaube ich. Man muss ihnen die Angst nehmen, dass es zu komplex ist.